Das wäre natürlich jetzt sau geil, wenn ich jetzt einfach eine Runde mit Maus und Keyboard gewinne, weil ich habe nur eine Runde Zeit eigentlich und dann will ich mir auch schon die Tracks anhören. Einfach das erste Mal richtig mit Maus und Keyboard spielen. So von Anfang bis Ende. Das habe ich noch nie gemacht. Wie chillig sich das anfühlt eigentlich mit Maus, ne? Liegt wahrscheinlich auch im PC. Man kann tatsächlich mit beiden dashen. Okay, das war einfach nur ein Scheiße von mir. Ist doch komisch mit Maus, ne? Links geht es Leute festhalten, ne? Warum, Bro? Warum bist du so lost? Was tust du da? Stark! Qualified in der ersten Runde. Das ist die wahre erste Runde, Chat. Das ist die wahre. Ich habe heute so viele FIFA-Streams geguckt irgendwie. Kacke, Chat. Ich sage mal ehrlich. Ich hätte Bock. 1% machst du mit der so circa. So ist die Wahrscheinlichkeit, aber eher nicht. Ich würde es da gerne damit machen, aber wenn das halt so ein Dingsverein ist, wo die sagen, ja, es ist geschlossene Community mäßig und da spielt man auch nur mit. Also da spielen auch nur Leute mit, die sich so untereinander auch kennen, mal was miteinander zu tun haben und wenn die mit mir nichts anfangen können oder mich noch nie gehört haben, dann ist es halt schwierig reinzukommen. Die war anders fresh, aber ja. Warum fresh? Oh, ein Loki. Hast du die FIFA dann doch geholt jetzt, oder was? Dings kann man auch festhalten. Low. Mal runterwerfen. Ein Mord und Totschlag auf PC, im Keyboard. Nee, der wartet hier schon. Ich sehe dich doch, du Schlingel, Alter. Lass gut sein. Besser nicht. Immer sonst direkt 1000 Euro. Ciao. Ja. Da will ich mich auch sehen. Bei 1000 Euro. Warum hält der den immer nur so kurz fest? Naja. Ist doch komisch, keine Vibration zu spielen, wenn man jemanden festhält. Ist komisch. Unge ist aber auch das Gesicht von Minecraft in Deutschland. Also, keine Ahnung. Egal, wer was mit Minecraft zu tun hat, kennt auch den fucking Unge. Ich hab auch damals geguckt, als er Minecraft gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Bin wieder echt überbelichtet gerade, ne? Ich weiß, was ich tun soll. Die Lichter sind nicht mal gerade hell eingestellt, aber wenn ich beide ausmache, bin ich unterbelichtet. Unterbelichtet, weil ich dann bin. Rieses mit dunklen Hintergrund finde ich auch gar nicht. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist auch eh nicht gut für die Augen, wenn das so ist. Selbe wie du in Vollgeist. My boy. Uncool. Sau. Also sau uncool, dass ich schon weggewichst werde, aber dann einfach nochmal weggewichst werde. Fand ich jetzt nicht nice irgendwie. Leute, das könnte man noch schaffen. Boah, das ist komisch. Warum ist das so komisch, Chat? Um mal aus dem Keyboard zu spielen. Ich find's weird. Komm, 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 komm. Ja, doch, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Ruhe. Qualified. Oh, jetzt nochmal ein Finale aufknackig und dann direkt in 2 tracks. Plus noch Gewinn. Easy upload land. Schmeckt. Morgen ist so ein bisschen Among Us am Start, Chat. Sportball. Mal den ein oder anderen Imposter-Player raushauen, Chat. Mods, ihr macht euch an die Tracks, ja? Ziel und so. Nee, morgen mit der, mit der Group 9 3 5 Cup. Ich weiß nicht, wer morgen saved dabei. Neblinik, Chef Strobel, Caruso, wer war noch da? Rewi, glaube ich, ist dabei. Scheiße, gar kein Movement. Ich sag's euch, wie es ist. Och, bald Gön. Ja, die Liebesschaukel des Gönjamins. Rechtsklick kann ich auch da herrschen. Das muss, das müsste ich vielleicht mal probieren. Was? Ich fass's nicht. Ja. Okay, er denkt, er macht den taktischen Play. Na? Okay, dann geh ich wieder hier. Lass mich in Ruhe. Imagine, das Streams einfach, das wäre totlustig einfach. Sau schwer zu handeln, ich sag's euch. Warum ist das so schwierig? Und warte, warte, warte. Komm! Mann! Mordiger, was? Okay, fair enough. Hatten die auch einmal. Das Glück. Richtig. Ja? Weg. Weg. Weg mit der Scheiße. Ja? 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 Nein! Ja? 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 Nein? Ja? Nein? Nein? Digga, was soll ich denken? Ich weiß gar nicht. Oh, Outplates. Oh, das ist ein Triad. Sorry, Alter. Oh, gegen den hab ich gar keinen Bock im Finale zu spielen, Chat. Ich sag' ehrlich, er ist besser als ich. Was ein Banger, Alter. Was hat der denn da gerade mit denen gemacht? Okay. Alright. Finale, Chat. Erstmal Finale auf PC. Einfach Xim. Danke dir für den Reser im vierten Tier 1. Kuss. Danke dir, Digi. Oh, Chat. Jetzt. Jetzt mal. Ehrlich. Schaff' ich das? Gewinn' ich jetzt erstes Mal auf PC? Erstes Mal richtig Lobby, Maus und Keyboard? Alright. Der eine Typ im Team, Tryhard. Ich sag's euch, wie es ist. Maus und Keyboard? Sprungprobe. Alright, alright, alright. Tracks in MK11. Wie lange streamen wir eigentlich? Drei Stunden? Ich wollte heute eigentlich gar nicht streamen, Chat. Ganz ehrlich. Also, war schon so drin, Pause zu machen heute. Kann ich einen Namen anzeigen lassen? Wie geht das? E? Boah, E ist auch daschen. Ich hab drei Knöpfe für daschen. Was ist das für ein Scheiß? Be too much, brother. Aber jetzt hab ich Schiss, Chat. Boah. Ja, warum bin ich rübergegangen? Nämlich gar keine. Okay, jetzt macht's doch Sinn. Tap. Naja. Naja. Ich hab so keine Konfidenz, mit linken Daumen jetzt zu springen einfach. Too weird. Jetzt werden alle sterben. Das wär lit. Fire wär das. Drei Tote nehm' ich mit. Bastard-Spiel! Äh, ich, ich, ich hätt' vielleicht gewonnen. So, also, zu sauhoher... Ach, fick dich doch. Was ist das für ein Scheiß? Er bricht sich einfach die Beine. Er bricht sich einfach die Beine. Einfach so. Müll. Ach, was, wie alt F4 Vollgeist. Dann gewinnt da so einer, oder was? Die sind da, die sind da auch noch kaputt gegangen. Guck mal. Hätt' er sich nicht die Beine gebrochen, die sind da runtergefallen. Sonst wär die Runde nicht so schnell geendet. Hätt' ich einfach gewonnen. Ich hätt' einfach gewonnen. Lächerlich. Das ist einfach lächerlich, Digga. Das war lächerlich.